Leute, es ist an der Zeit für ein neues Update-Video hier auf dem Kanal der CoinChel. Im heutigen Video möchte ich so ein bisschen, ja, eigentlich auf so die vergangenen Videos eingehen, beziehungsweise auf die Projekte, die wir in diesen Videos vorgestellt haben. Es sind doch relativ viele Projekte und genau dazu kam jetzt auch oft die Frage, welche Exchange soll man denn nutzen? Also welche Exchange empfehle ich denn gerade für, egal welches Projekt, das heißt jetzt Cardena, sei es Tilos, sei es Polygon, sei es jetzt aber auch Cardia Chain, was wir erst gestern vorgestellt haben, auf welcher Exchange bekommst du das? Und Leute, ich habe euch immer wieder in den Videos natürlich auch gesagt, okay, ihr könnt das Ganze hier auf KuCoin machen, deshalb möchte ich euch jetzt ganz kurz hier eine Einleitung geben, wie man auf KuCoin denn im Endeffekt kauft. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele deutschsprachige Tutorials hier, aber Leute, die gehen hier teilweise 38 Minuten für eine Einzahlung oder 15 Minuten oder 20 Minuten und teilweise sind die Videos jetzt auch wirklich qualitativ nicht mein Geschmack, sagen wir es einfach mal so. Deshalb glaube ich, Leute, ich bringe euch jetzt nicht so ein ganz trockenes Video, sondern einfach ein eher lockeres Video rüber und möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie kannst du die Exchange nutzen, warum sollst du sie nutzen und wie einfach kannst du die eigentlich einzahlen, also total easy. Okay, lasst uns direkt starten, wir, gar kein Intro, wir fangen jetzt direkt an. Und zwar Leute, wenn ihr hier auf die Startseite kommt, ich glaube, wenn ich es neu lade, sieht man es hier oben rechts, mal kurz einloggen, registrieren, zack, ich bin natürlich jetzt schon eingeloggt, du gehst einfach auf Registrieren, gibst deine Daten ein, dann kriegst du eine E-Mail, die E-Mail gehst du bitte in dein Postfach, bestätigt das Ganze, also die Verifizierung im Endeffekt dazu und schon hast du deinen Account mit deinem Passwort. Was ich dir natürlich empfehle, immer Two-Factor-Ordification machen, das heißt also einfach, in den Einstellungen kannst du hier oben dann einfach auch die KYC-Verifizierung durchführen, beziehungsweise unter der Kontosicherheit kannst du dann auch zum Beispiel deinen Google-Authentikator mit reinnehmen, einfach nochmal eine zusätzliche Absicherung. Falls jemand dein Passwort hat, braucht er auch noch diesen Code und der wird ja alle 60 Sekunden neu generiert. So, dann Leute, wenn wir hier auf der Startseite sind, relativ easy und zwar hier oben steht ja schon, Buy Crypto, by the way, vielleicht hier oben, bei mir ist das Ganze jetzt ausgewählt, du kannst hier drauf gehen, du kannst auch die Währung anpassen, kannst auch sagen, du möchtest das Ganze in Euro haben, ist für mich einfach immer so dieses Umrechnen, weil alles in Dollar läuft, will ich das hier nicht in Euro haben, darum habe ich es in Dollar und natürlich die Sprache, klar, würde ich dir empfehlen, das Ganze natürlich auf Deutsch zu machen, ist ein bisschen einfacher. So, dann bei Crypto, Schnellkauf, P2P oder Drittanbieter, ist wahrscheinlich selbsterklärend, USDT mit Visa, Mastercard kaufen, also hier kannst du den Stablecoin, Tether, USDT, der ja immer ein Dollar ist, kannst du hier kaufen, gegen Euro natürlich einzahlen und dir wird dann im Endeffekt Tether gut geschrieben. Das Gute ist, wenn du das Ganze in Tether, also USDT machst, sagen wir mal, du brauchst jetzt 500 Euro rein, sind das umgerechnet gerade vielleicht 550, 600 USDT, die du hier erhältst und egal was der Markt macht, die 600 bleiben liegen, solange du sie nicht in irgendein Bitcoin, Ethereum, Solana oder sonst was tauscht, okay? Dann hast du natürlich die Möglichkeit, das Ganze P2P machen, hier seht schon Banktransfer und über 20 weitere Optionen, also du kannst das Ganze hier per SEPA machen, ganz normale Überweisung, dauert halt ein bisschen oder du machst das Ganze, kaufst du es dann von einem anderen, sage ich einfach mal, einem anderen Investor, der hier sein Vermögen angibt beziehungsweise zur Verfügung stellt und dann kannst du das kaufen, ist natürlich dann aber auch ein bisschen teurer, er will ja auch was dran verdienen. Oder eben hier Drittanbieter, ich glaube in Deutschland ist das ein bisschen kompliziert, Banax, Simplex und Bitcoin direkt. Ich persönlich habe es noch nie probiert, Leute, probiert es gerne aus, wenn das funktioniert, cool, ansonsten ganz normal, schnell kauf. Gebührentechnisch, klar, unterschiedlich ist überall ein bisschen Gebühren dabei, das siehst du jetzt aber nachher auch gleich, wie hoch die Gebühren sind und hier seht, ihr seht jetzt auch schon, also sie wollen hier tatsächlich auch Paypal noch mit reinnehmen, Mastercard, Visa und SEPA, ganz klar, normale Überweisung. So Freunde, jetzt redet man aber nicht weiter drum rum, sondern hier schnell kauf, Bitcoin, Ethereum, UCT, wie gesagt, ich empfehle euch, mache das Ganze einfach, UCT ist ein Stablecoin, bleibt liegen, ihr könnt zur Not, aber auch hier oben natürlich noch mal hin und her switchen, falls ihr das möchtet. jetzt geben wir einfach mal ein, okay, wir wollen ein Taui einzahlen, 1.000 Dollar wollen wir jetzt einzahlen, Justi die kaufen, noch passiert nichts, du kannst draufklicken, alles cool. Dann kannst du jetzt auswählen, hier Bankcard, Visa, MC, also Mastercard, PayPal, PayPal Zahlung hier, krass, okay, Balance, klar, dazu müsstest du gut haben, auf dem Konto hier bereits haben, das haben wir ja noch nicht, also von daher, Bankcard oder hier im Endeffekt ein PayPal, ich würde jetzt Bankcard nehmen, Visa, so jetzt schauen wir, Stückpreis, USDT kostet uns gerade 1,02 Dollar, eine Menge, insgesamt kriegen wir dann 962 USDT und das Ganze sind Gebühren hier von 18 Dollar, steht das auch dran, wie hoch Gebührensatz, 1,8% bei Visa und Mastercard. So, jetzt klar, wir haben das Ganze hier natürlich gelesen, wir wissen Bescheid, so und dann zur Identitätsprüfung gehen. Ich habe mich bewusst hier noch nicht verifiziert, beziehungsweise ist das ein zweiter Account von mir, damit ich euch das Ganze zeigen kann. Du gehst jetzt einfach hin und wählst aus, welches Land, in unserem Fall Germany, dann hier der Peter Müller, dann kommt eben der Ausweis, du kannst jetzt hier deinen Reisepass nehmen, deinen normalen Perso oder eben den Führerschein, alles, alles, geht alles und dann gibst du hier einfach noch die Nummer dementsprechend ein, das Ganze übermitteln, das dauert dann einen kleinen Moment, dann bist du verifiziert und zack, das war's. Dann kannst du wie gesagt genau das machen, was ich gerade gemacht habe, dieser Schnellkauf hier oben einfach nur, anklicken, dann gibst du dir den Betrag ein, es kommt noch ein weiterer Button, wo du das Ganze bestätigen musst, wo du dann natürlich auch die Sicherheitsnummer deiner Kreditkarte eingibst, die Nummer noch angibst von der Kreditkarte und so weiter und dann war's das Leute. Dann ist es innerhalb von 1, 2, 3, 4 Minuten ist das Geld hier da und das Ganze, jetzt muss ich natürlich aufpassen, okay, man sieht es hier nicht, wenn ich jetzt auf meinen Geldbeutel klicke, ob meine Assetübersicht sichtbar ist oder nicht, so, ich muss das ganz kurz covern. Also ihr seht jetzt hier, ich bin hier oben auf den Geldbeutel, habe ich draufgeklickt, dann kommst du zur kompletten Assetübersicht und im Hauptkonto, hier wird das Geld dann im Endeffekt auch liegen, wenn du das Ganze einbezahlt hast und dann kannst du das Ganze einfach nur hier auf Transfer gehst du hin und sagst dann, ach guck mal, hier sind sogar noch 3 Dollar und könntest das Ganze jetzt im Endeffekt vom Hauptkonto auch nochmal rüberschicken ins Handelskonto, aber egal, wo ich jetzt draufklicke, Leute, müsste ich dann wieder alles hier verpixeln und so weiter, weil man dann im Endeffekt die Vermögenswerte sieht. Du kannst dann hier auch über den Einzahlenbutton gehen, du kannst über diesen Einzahlungsbutton gehen, mach das Ganze einfach mal, Leute, wirklich mach das Ganze mal, ihr braucht da jetzt nicht die größten Sorgen haben, dass hier das Geld verloren geht oder sonst irgendwas. Zur Not fangt halt mal an, ich meine, das sind 1,8% Gebühren, mach mal 50 Euro, tut dann nicht so weh, wenn was schief gehen sollte, aber ich sag euch, zu 99,9% sind die Webseiten beziehungsweise ist das Ganze ja so aufgebaut worden, dass es für neue Leute, die sich noch nicht so damit auseinanderkennen, die vielleicht jetzt auch einfach nicht so affin am PC oder am Handy oder sonst was sind. By the way, ihr braucht ja nicht mal einen PC hierfür. Ihr könnt euch Kuhkorn runterladen, könnt das Ganze im Handy machen. Deshalb empfehle ich ja auch Crypto.com. Also wer das noch nicht gesehen hat, Leute, das sind einfach meine zwei Exchanges, schaut euch auf jeden Fall mal, darum brauchst du jetzt Crypto.com Token für 2022. Hier gehe ich auch ein bisschen auf die Exchange ein. Schaut euch das mal an. Ich denke, das ist definitiv sehr interessant. Ich gebe euch auch hier ein bisschen meine persönliche Erfahrung. Mir sind siebenstellige Beträge 2018, 2019 durch die Finger gerutscht, weil ich so ein Video wie das hier im Endeffekt nicht angeschaut habe, weil ich mich einfach nicht damit genügend befasst habe. Deshalb, Leute, schaut es euch an. Ich meine, ihr seht es vor zwei Wochen 11.000 Aufrufe. Das Video geht gut voran. Aber auch was Trading Bot angeht, ich meine, das ist auch auf der Kuhkornbörse, sobald ihr mal Geld eingezahlt habt. Sobald ihr mal den ersten, genau, ihr wollt jetzt den ersten, sagen wir einfach mal den ersten Token kaufen, sagen wir jetzt mal, Cardia Chain haben wir gestern vorgestellt. Du hast jetzt Geld schon bei dir drauf. So, Spot Handel, klickst du denn hier noch einmal. Jetzt müsstest du hier unten, das seht ihr jetzt gerade nicht. Lasst mich kurz meine Kamera ein bisschen verschieben. Nein, ich brauche meine Kamera, Leute. Kamera, hier. Schieben wir den mal kurz nach oben. So, also, normal kommt ihr unten jetzt noch, ja, müsst ihr den Code kurz eingeben, einfach um das Ganze bestätigen. Ist auch nochmal so eine Sicherheitssache. Und dann ist es relativ einfach, Leute. Dann ist es wirklich einfach. Es gibt hier einerseits Market und einmal Limit und einmal Market. Und einmal kannst du hier den Limitpreis auswählen. Das heißt zum Beispiel, es steht jetzt gerade Bitcoin. Wir gehen mal auf Cardia Chain. Okay, einfach was Kleineres. Haben wir ja gestern im Video erst vorgestellt. eine Blockchain mit extrem viel Potenzial. Wir möchten jetzt sagen, okay, Cardia Chain steht aktuell bei 0,041 Cent. Wir möchten das Ganze, dass ihr automatisch bei 4 Cent bitte eine größere Position kauft. Also, dann gehst du hier unten hin, klickst Limit an. Ganz, ganz wichtig. Du gibst nämlich eine Limit Order auf und sagst jetzt 0,04. Bei 0,04 Cent kauft er dann, wenn du jetzt hier unten Geld draufliegen hättest, das habe ich jetzt in dem Fall nicht, du hättest das Ganze jetzt eingezahlt bei dir auf das Hauptkonto und müsstest das Ganze jetzt zum Handelskonto rüber schicken, deine USDT. Ihr seht, das macht er schon von alleine. Auf dem Hauptkonto würde dir jetzt anzeigen, du hast 100 Euro, 500.000 eben eingezahlt. Das würde hier stehen, dann klickst du hier einmal drauf, dann würde er das Ganze jetzt in die Leiste nehmen. Du gehst auf Bestätigen und das Geld ist da. Was ich jetzt ganz kurz mache, Leute, ich verkaufe jetzt mal ganz kurz zum besten Marktpreis, hier einfach 25%, dass wir hier ein bisschen Geld drauf haben. So, wir haben die Order erfolgreich platziert, wir haben das Geld erhalten, zack, verfügbar, ihr seht das Ganze, jetzt haben wir, jetzt zeigt er so richtig an, auf Transfer, hier verfügbar 16 Dollar. Also, wir haben gerade ein bisschen was verkauft, zum Marktpreis. So, jetzt möchte ich aber zum Limit sagen, bei 0,04 soll er kaufen, aber, sagen wir mal, die 16 sind jetzt von mir aus 160, er soll jetzt nicht die 160 bei 4 Cent komplett kaufen, sondern er soll mal davon nur 80 Dollar nehmen, von den 160, die ich insgesamt investieren möchte. Dann klicke ich einfach nur hier auf 50% und dann nimmt er genau die Hälfte. Nimmst du 25%, ist es die 25%, 75% selbst erklärt, denke ich. Okay, dann sagst du jetzt, alles klar, bei 50% soll er automatisch bei 4 Cent, also mit 50% meines Geldes, soll er automatisch bei 4 Cent kaufen, wenn du Limit machst. So, machen wir das Ganze mal. Jetzt seht ihr hier, sie haben die Order erfolgreich platziert, die müsst ihr jetzt hier auftauchen, da ist sie auch schon, Aktiv Order, Stop Order, Order Verlauf etc. Also, unter der Aktive findest du das Ganze hier, Kai, es ist eine Limit Order, du möchtest kaufen, bei einem Preis von 4 Cent, der Betrag, sind die Anzahl von 211 Kai Token, ausgeführt, wurden bisher noch nicht, noch nicht ausgeführt, wurde die gesamte Summe. So, jetzt würden wir einfach warten, bis er bei 4 Cent ist, und dann kauft er automatisch. Du hast was falsch gemacht, kein Problem, einfach stornieren, zack, erfolgreich, die Limit Order ist wieder raus, und die Kohle ist hier wieder da, ist wieder gut geschrieben. Jetzt machen wir das Ganze zur Marktsituation, du möchtest nicht warten, und sagst, nein, jetzt gehe ich rein, aus welchen Gründen auch immer, er nimmt den besten Marktpreis, das ist dann aktuell der hier, den du hier siehst, jetzt gehen wir wieder hin, 100%, 16 Dollar, kauft mir das Ganze, kurzen Moment, sie haben die Order erfolgreich platziert, wir haben eingekauft, und ihr seht es, hier drüben sind jetzt wieder 1690 Kai Token, und hier habe ich nichts mehr. So einfach ist das, Leute, seht ihr das Ganze, es ist wirklich total easy, wie gesagt, fangt einfach mal an, macht eure Erfahrungen damit, KuCoin ist eine wirklich benutzerfreundliche Exchange, sowohl am Handy, sowohl als am Desktop, man kann eigentlich fast nichts falsch machen, aus diesem Grund Leute, probiert es einfach, und ich hoffe, ich konnte euch in diesem, hoffentlich kurzen Video, jetzt auch zeigen, wie einfach, wie easy das Ganze ist, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, gerne natürlich Kanal abonnieren, und wir sehen uns spätestens im nächsten Video, bis dann, ciao.